Oh Mann, du machst mich echt krank. Danke. Wenn ich essen, möchte ich kotzen. Wenn ich nichts esse, kriege ich schlechte Laune. Wenn ich schlafe, kriege ich Anträume. Wenn ich nicht schlafe, werde ich depressiv. Ich bin viel gelähmt. Ich sitze nur da und denke über jedes Wort nach. Aber das macht mich bloß noch kränker. Ich habe aber die Hose voll gekotzt, total ungebrüllt. Mama. Der Teppich, der Teppich. Dann habe ich gestern erst auch mal gemacht. Du weißt wirklich nicht, wann das Foto gemacht worden ist, oder? Wieso? Auf deiner Konfirmation. Es war auch genau zwei Wochen, bevor ihr abgehoben seid. Du machst immer alles kaputt. Lege ausrunden, Nogamek. Nogare so, so. Herr Minz hatte sie im Leben gehörte. Und er wurde immer dankbar für sie. Sehr lecker. Warum was nicht? Nein, lass nicht mehr. Das mache ich schon. Noch schon. Nein, wirklich. Tschüss. Was machen Sie denn hier? Was machen Sie denn hier? Ich bin hier. fed ja. Mensch. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Es tut mir leid, was mit Ihrem Sohn passiert ist. Was ich getan habe. Ich will nicht mit Ihnen reden. Aber ich habe Ihnen doch Briefe geschrieben. Die habe ich weggeschmissen. Ich mache mir schreckliche Vorwürfe. Ich habe Albträume. Ich habe meinen Job verloren. Ich kann kaum mehr schlafen. Ich habe solche Schuldgefühle. Es hat ein Jahr gedauert, bis ich seine Kleider wegräumen konnte.